Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur PHP Programmierung. Heute geht es weiter mit If-Statements und nicht wie ich das letzte Mal gesagt habe mit Strings, denn da könnt ihr im Prinzip schon alles Wichtige hintereinander hängen und das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was man hier braucht. Den Rest zeige ich euch natürlich, aber nicht jetzt schon. Und If-Bedingungen bzw. If-Statements sind sehr, sehr wichtig, deswegen habe ich die jetzt ein bisschen vorgezogen. Okay, genug gelabert, wir fangen direkt an. Wir haben ein wunderschönes kleines bisschen Syntax hier. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was ihr braucht. Ihr habt diese zwei Buchstaben If, dann eine normale runde Klammer auf und zu und dann die geschweifte Klammer auf und zu. Das mit der neuen Zeile ist eigentlich relativ egal, aber so schreibt man das normalerweise. Okay, hier rein in dieses If, also in diese komischen runden Klammern, kommt jetzt eine Bedingung. Also zum Beispiel dieses Dollar-Bedingung hier. Das habe ich übrigens auf True gesetzt. Falls ihr das noch auf False habt, dann müsst ihr das ein bisschen ändern, wenn ihr das auch so haben wollt. Und wenn diese Bedingung, die jetzt hier drin steht, wenn die wahr, also true ist, wenn die erfüllt ist, dann wird das, was in diesen geschweiften Klammern drin steht, wird ausgeführt. Ansonsten wird das weggelassen. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne Echo-Dollar-Zahl. Und dieses Echo-Dollar-Zahl, das wird nur dann ausgegeben, wenn diese Bedingung hier wahr ist. Ansonsten nicht, werden wir aber gleich sehen. So, wenn ich jetzt diese Seite lade, dann kommt dieses 1337,42 raus, also die Ausgabe hier. Okay, das ist sehr, sehr nützlich, aber es ist sehr unpraktisch, dass ich hier schon vorher sagen muss, ich hätte gerne eine Bedingung und die ist dann True oder sowas. Das macht absolut gar keinen Sinn für mich. Ich kann aber hier einfach sagen, ich baue mir hier eine Bedingung. Und eine Bedingung sieht dann in dem Fall zum Beispiel so aus, falls meine Zahl größer ist als 1337, nur dann möchte ich sie ausgeben, ansonsten nicht. Dazu packen wir jetzt hier einfach mal hin. Wir sehen, es wird immer noch ausgegeben, aber Achtung, jetzt wenn ich hier 1336,42 reintippe, dann wird plötzlich das Ding nicht mehr ausgegeben und wir sehen einfach nur noch leer. Das ist sehr praktisch. Jetzt kann ich nämlich hier dynamisch sagen, okay, ich hätte gerne diese Ausgabe, aber nur, falls sie auch wirklich größer ist als das, ansonsten möchte ich es nicht ausgegeben haben. Und ja, von diesen Operatoren hier, die zu einer Bedingung führen, also im Prinzip kann ich das hier auch einspeichern in eine Variable, in diesen bool-Bedingungen, in diese boolsche Variable. Das hier ist nämlich im Prinzip auch ein True oder False Statement. Aber Achtung, hier oben kennen wir die Variable Dollar, Zahlen noch nicht, deswegen geht das hier nicht. Ähm, genau. dann ist das der Rest, also wenn ich das hier ausführe, äh, wenn das hier wahr ist, dann führe das aus, ansonsten, else auf Englisch, führe das hier aus. Also zum Beispiel Echo, ups, ähm, Echo, keine Ahnung, äh, zu kleine Zahl, sowas in der Art. Und ja, wenn wir das jetzt ausführen, dann bekommen wir aktuell, Achtung, wir sind aktuell kleiner als 1337, dann bekommen wir hier folgende Ausgabe, zu kleine Zahl, und wenn wir hier auf 1337,42 gehen, dann bekommen wir die Zahl ausgegeben. Achtung, wenn wir hier jetzt genau auf 1337 gehen, dann bekommen wir auch den Wert oder die Ausgabe zu kleine Zahl, denn ich habe hier nur ein echt größer stehen, nicht ein größer gleich, mit dem größer gleich sähe das Ganze so aus, und, ähm, dann bekomme ich auch die Zahl wieder ausgegeben. Also es gibt verschiedene Operatoren hier, und die möchte ich euch jetzt gerade, ähm, noch kurz zeigen. Die sind eigentlich gar nicht so kompliziert. Im Prinzip haben wir hier bloß dieses größer oder kleiner gleich. Wir haben ein Istgleich, das ist auch noch ziemlich interessant. Achtung, dass es nicht so ein Istgleich, das wäre eine Zuweisung. Wenn wir überprüfen wollen, ob sie gleich sind, dann nehmen wir das hier. Also Dollarzahl gleich gleich, 1337, sagt mir, ist diese Zahl hier genau 1337 als Zahl. Okay, wenn ich das jetzt ausführe, sehen wir, ja, in dem Fall schon, aber wenn ich hier auch nur ein bisschen was verändere, 1338 zum Beispiel draus mache, dann ist es eine zu kleine Zahl, wobei jetzt aktuell das hier nicht mehr so ganz zutrifft. Das ist ja eigentlich eine größere Zahl. Okay, ähm, wir haben aber noch ein bisschen was mehr. Ja, wenn es ein größer gleich gibt, gibt es auch ein kleiner gleich, und das sieht dann einfach so aus. Also ist die Zahl kleiner gleich oder echt kleiner, geht genauso. Ähm, und dann haben wir noch ein Ungleich, das Ungleich sieht so aus. So, und dann gibt es noch ein Identisch, ähm, das sind drei Gleichheitszeichen. Nur zur Vollständigkeit halber, ich werde euch jetzt nicht erklären, wo dieses identisch herkommt, das ist nicht identisch, also quasi das Gegenteil von den drei Gleichheitszeichen. Ähm, was das jetzt für ein Unterschied ist, das werden wir noch irgendwann mal sehen, aber nicht jetzt. Jetzt reicht uns erstmal das hier, denn wenn jetzt das ausgegeben wird, dann gebe ich sozusagen jede Zahl aus, die nicht 1337 ist. Und wenn ich genau bei 1337 bin, dann gebe ich eine zu kleine Zahl aus. Okay, ähm, zurück zu dem If-Else. Wir haben noch eine kleine Erweiterung hier, die wir machen können, und zwar das Else-If. Das ist jetzt noch so ein kleines Ding, ähm, und von dem könnt ihr so viel haben, wie ihr wollt. Im Prinzip müsst ihr darauf achten, als erstes muss ein If dastehen, und als letztes sollte ein Else dastehen, es sei denn, ihr braucht keins. Aber zwischendrin steht ein Else-If, oder kann ein Else-If stehen. Und zwar hier dieses komische Else-If hier. So, sieht so aus. Ähm, machen wir jetzt gerade mal so. Okay, ist im Prinzip genauso wie ein If. Hier muss eine Bedingung rein, also Bedingung, Dollar-Bedingung, haben wir sogar hier oben. Wunderbar. Okay, und wenn diese Bedingung hier wahr ist, dann führen wir das hier aus. Also zum Beispiel Echo, ich bin immer wahr. So, denn es ist ja immer wahr, weil wir hier hinten dran ja gesagt haben, die Bedingung ist true. Gut, und wie wird das Ganze jetzt ausgeführt? Wir haben hier ein If. Falls das hier wahr ist, dann führe das hier aus, also dieses Echo Zahl. Und wenn das ausgeführt wurde, dann ist die If-Abfrage hier komplett zu Ende. Das heißt, alles andere wird nicht mehr angefasst. Weder das Else noch diese Else-If-Bedingung. Wenn das hier ausgeführt wird, dann springen wir nach dem Statement, also hier können auch mehrere Statements sein, ich kann hier auch noch ein Echo hinhauen. Aber wenn ich das letzte Statement in meinem If-Block hier habe, also quasi hier bei dieser kleinen geschweiften Klammer zu angekommen bin, dann springe ich direkt hier runter. Ansonsten prüfe ich die nächste Else-If-Bedingung. Und falls die wahr ist, führe ich alles, was hier drin steht, aus. Und wenn ich bei dieser geschweiften Klammer angekommen bin, von dem Else-If, springe ich nach ganz unten. Und von diesen Else-Ifs kann ich unendlich viele hier reinhauen, so viele ihr wollt. Und ja, ganz am Ende, wenn ich da immer noch nicht nach unten gesprungen bin, dann führe ich einfach den Else-Block aus. So läuft das Ganze, okay? Das heißt, von oben nach unten, die Idee als erstes wahr wird, wird als einziges ausgeführt. Und dann springen wir ganz ans Ende. Okay, super. Das war es eigentlich auch schon, was ihr alles wissen müsst mit dem Else-If und so weiter und so fort. Probiert da ein bisschen rum, es ist Übungssache, aber man kommt schnell rein. Gut, ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Liken nicht vergessen und so weiter und so fort. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.